Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutella und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Partys in Kisten öffnen. Und dazu habe ich hier auf meinen Magier eingeloggt. Mit dem habe ich in letzter Zeit einige Gebiete durchgequestet. Und ja, wir hatten schon mal ein paar aufgemacht. Sechs Sachen brauche ich noch aus den Partys in Kisten. Unter anderem den Stab vom Fire Mage. Dann brauchen wir noch Handgelenke, Schultern, Beine, Hände und die Taille. Ich habe ein bisschen mehr Kisten, wie ihr hier seht. Also es ist ein bisschen mehr als 20. Wir werden jetzt aber trotzdem nur 20 erstmal aufmachen. Und mal gucken, ob ich da die Sachen schon drin habe. Beziehungsweise ob ich overcapped habe, weil ich zu viel gefarmt habe. Und ja, ich würde sagen, starten wir mal durch. Ich habe zwischendrin immer mal wieder umgestellt zwischen Feuer, Arkan und Frost. Jetzt muss ich mal gucken, wo jetzt der Stab drin ist. Ich hoffe, dass er bei den 20 einmal dabei ist. Gut, machen wir mal auf hier. Erste Kiste. Ah, direkt ein T-Mock. Nice, die Schultern. Dann Kiste Nummer 2. Okay, gleich nochmal die Schultern. Die brauchen wir natürlich nicht zweimal. Einen Ring, der bringt keinen T-Mock. Einen Stab. Ah, da ist der Feuerstab. Na, wunderbar. Dann haben wir einen Trinket. Das brauchen wir nicht. Dann haben wir nochmal einen Stab. Den brauchen wir auch nicht. Einen Ring. Leider keinen T-Mock. Nochmal der Stab. Nochmal die Schultern. Nochmal einen Ring. Trinket. Ach komm, jetzt gib mir ein bisschen T-Mock. Nochmal der Stab. Das gibt es da gar nicht. Okay, nochmal der Stab. Ah, here we go. Einmal eine Taille. Dann die Brust. Die brauchen wir leider auch nicht. So, die Hälfte haben wir auch schon aufgemacht. Äh, nee. Warte, es sind schon mehr. Wir haben jetzt... Wie viele haben wir? Fünf. Fünfzehn. Okay, fünf Kisten haben wir noch. Schultern. Ein viertes Mal, oder? Ja. Handgelenke. Ah, sehr schön. Jetzt brauchen wir noch die Hose und die Hände. Kopf. Okay, den brauchen wir nicht. Nochmal der Kopf. Okay, lol. Dreimal der Kopf hintereinander. Gut, das müsste jetzt 20 Kisten gewesen sein. Ich habe jetzt noch ein paar über. Heißt, wir können jetzt dann nachher noch ein Opening-Video machen. Und ja, vielleicht haben wir es da drin. Schauen wir mal, wie es aussieht. Und dann kriege ich vielleicht die letzten zwei Sachen noch raus. Dann habe ich doch vielleicht nicht ganz so viel overcapped, wie ich dachte. Für die Aufnahme entscheide ich mich jetzt, verabschiede ich mich jetzt, sodass ich es noch rausbringe. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Opening-Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.